Hallo meine Lieben, hiermit wünsche ich euch auch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit. Es kommt gleich ein Video, viele fragen, was ist Weihnachten? Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Euch allen noch eine schöne besinnliche Weihnachtszeit. Die Welt, die Lord is. Hallo, ich bin Tom. Was ist Weihnachten? Das ist Weihnachten. Uh, allen meinen Freunden möchte ich heute sagen, es ist schön, euch als Freunde zu haben. Ich wünsche euch in der Vorweihnachtszeit etwas Ruhe und Besinnlichkeit. Und wenn wir uns auch nicht immer sehen, unsere Freundschaft soll immer bestehen. Euch allen noch eine schöne Adventszeit. Schön, dass es euch gibt. Und ich hoffe, dass diese Weihnachtsgrüße gut rüberkommen. Ja, so am späten Nachmittag kommen viele Menschen zusammen jetzt zum Heiligabend. Heute, und heute ist ja auch der vierte Advent, wohl bemerkt. Ich hatte ja ein Video, das heißt, immer bin ich die Letzte. Die vierte Kerze ist die Letzte. Aber zugleich haben wir heute auch Heiligabend. So, dann wünsche ich euch eine schöne Bescherung. Und genieße diese Zeit Und sage bis zum nächsten Mal Und dann wünsche ich euch eine schöne Bescherung. Und dann wünsche ich euch eine schöne Bescherung. Und dann wünsche ich euchHHHHH